In der Wiege der Industrialisierung qualmen die Schlote der Fabriken unentwegt vor sich hin. Die Städte starren vor Roos. Männer, Frauen und Kinder sorgen dafür, dass die Maschinen am Laufen bleiben. Und das bis zu zwölf Stunden am Tag ohne Pause. Das Eisenbahnnetz wird fleißig ausgebaut. Die Züge haben ihre Höchstgeschwindigkeit innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Der Glaube an die moderne Technik ist so ungebrochen wie die Regentschaft von Königin Viktoria. Und damit herzlich willkommen zur Transport-Fieber-Europa-Kampagne Brückenunglück. Wir haben fünf Medaillen. Die eine wäre rechtzeitig, stellen die zweite Schlüssel zum Reichtum, Geschwindigkeitsrekord, Schwergewicht und alternative Verkehrsmittel. Die Brücke muss vor 1902 fertig sein. Da ist aber auch, glaube ich, die Mission komplett zu Ende. Eine Million mit dem Transport von Werkzeugen muss ich verdienen. Kürte Klappen fahren mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60 Kilometern pro Stunde über die Testbrücke. Okay. Schwergewicht fahren mit einer Gesamtdatung von mindestens 60 Einheiten über die Testbrücke, bevor die Tests abgeschlossen sind. Ja gut, das heißt, ich bräuchte dann wahrscheinlich einen Zug, der zum einen 60 Kilometer pro Stunde schafft. Also, ich werde wahrscheinlich nochmal umändern in Maispower und ich brauche 60 Einheiten und erfülle die Sonderwünsche des Stahlwerkinhabers und transportiere Güter mit dem Schiff. Okay, das heißt, wenn ich alternative Verkehrsmittel nutzen soll, dann sollte ich sie auch nutzen. Was für ein ungeheuerliches Unglück, das Schottland in diesem Jahr 1880 erschüttert. Die Eisenbahnbrücke am Tai ist eingestürzt. Der Sturm riss sie entzwei und den Zug, der sie überquerte, gleich mit in die Tiefe. Da war unsere gute Königin wohl etwas vorschnell, als sie den Baumeister der Brücke zum Ritter geschlagen hat. Wir können das besser. Man hat uns beauftragt, etwas weiter südlich, am Firth of Forth, eine Eisenbahnbrücke zu konstruieren. Dazu ist es höchste Zeit. Die Fähre macht die Leute seekrank und der Umweg übers Festland ist lang und mühsam. Kein leichtes Unterfangen, die längste Brücke der ganzen Welt zu bauen. Und der Tidenhub von bis zu sechs Metern und die starke Gezeitenströmung machen die Sache auch nicht leichter. Immerhin wurde nun anschaulich demonstriert, wie man es nicht machen sollte. Ja, und bevor ich die Mission starte, wie ihr sehen könnt, ist irgendwie die Maus invertiert. Also, wo er halt horizontal gespiegelt. Und ich werde jetzt versuchen zu fixen, auch nochmal die Meilen einstellen. So, irgendwie wollte es nicht. Eigentlich hätte er gar nicht, äh, 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 wirklich so vertikal gespiegelt sein müssen. Oder nee, war das horizontal, vielleicht auch horizontal. Eigentlich hätte er gar nicht horizontal gespiegelt sein dürfen. Und da er es halt war und ich sich einherz umändern konnte, habe ich jetzt einfach den Mauszeiger, nehme ich jetzt einfach mal nicht auf. So, dann, äh, ja, starten wir bei Medaillen. 60 Kilometer pro Stunde immer noch, okay. Ähm, dann starten wir mal die Mission. Der Einsturz der Thai-Brücke, ein Desaster zweifelsohne, hat seine Ursache allein in menschlichem Versagen. Eine Reihe von Konstruktionsfehlern, Ignoranz und Schlamperei. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass gusseisernen Teile zum Bau moderner Brücken nicht allzu viel taugen. Setzen wir lieber auf etwas solideres. Stahl. Sorge dafür, dass, äh, Felkirk Steel Mill ist Stahl produziert. Das wird vielleicht hier sein. Wobei, nee, woher muss es hin? Äh, für die Produktion von Stahl ist Kohle und Eisen als nötig. Transportiere Diesel mit einem passenden Zug von Felkirk Coal Mine und Livingston Iron Ore Mine nach Felkirk Steel Mill. Musst du die bestehende Brücke in der Nähe von Felkirk, um Kohle anzuliefern? Das wird dir bei der nächsten Aufgabe nützlich sein. Alles klar. So sieht's aus. Wir haben Kirk Coal, wir haben Edinburgh, wir haben Livingston, wir haben Falkirk und wir haben Done From Nine. So, ich soll also hier die Kohle rüberbringen und einmal dann von hier das Eisenerz. Zehn Millionen gibt es insgesamt. Und das Ganze soll wieder Zug gemacht werden. Wo haben wir denn die Eisenmine? Die Eisenmine haben wir hier und da haben wir die Stütte, genau. Das heißt, ich bräuchte... Prinzipiell... Boah, Entzug ist doch wieder eine Menge, oder? Also wir haben es jetzt nicht so, dass wir kein Geld haben dürfen. Also gar kein Geld mehr. Heißt, ich könnte mir prinzipiell doch bestimmt nochmal... Nein, kann ich nicht. Ich habe schon zehn Millionen. Ja, wir machen einfach dann... ...einen Zug, der von A nach B fährt. Also der von A nach B nach C fährt, so. Äh, genau, dann... Ich belasse es auch erstmal eingleisig. Muss ein langer Zug sein. Ach, hier doch. Ich gehe mal auf 240 Meter. Muss ja nicht übertreiben mit 320 direkt. Das passt doch. Dann einmal hier ran. Ich sage, die Bucke sollen wir ja gleich noch... ...gleich, was heißt gleich? Später noch benötigen können. Sollen wir später noch benötigen können. Ja. Äh, allerdings brauche ich nochmal einen weiteren... ...und ich habe hier so einen schönen Berg. Es wird spaßig. Mit Tönlingen lässt er sich leichter bauen. Oh, wow. Ach, einfach durch hier. Bleibt immer wieder nichts anderes übrig. Wir würden also an der Stelle... ...das ist noch am günstigsten... ...ich geht es da schon wieder so einen Berg raus... ...hier hin... ...und dann einmal hier... ...einen Faircorp vorbei. ...und 75 Meils-Power. Äh, wir sollen 60 fahren. 60 Kilometer pro Stunde. Das dürften dann... ...äh, 90 sind 60. 30 fahren, glaube ich, 50. Dann dürften das so... ...boah, 35, 36 Meils-Power sein. So, zack. Und dann noch ein Depot hier hinten hin. Dann mit einem Zug, der... ...nehmen wir die... ...BR53, ähm... ...jetzt noch mit Wagen, die alle können. Also bei offener Widerwagen... ...automatisch. Ich gehe mal runter auf... ...5 Millionen. Nur, komm, eine Meile. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, äh... ...mh... ...ja, ist, na, so wie es ist, ne? Der dann auf eine neue Linie... ...da der hier raus... ...fährt in diese Richtung... ...fährt er erst... ...zu nach Livingston... ...zur... ...Dings-Mine... ...dann fährt er zur Kohlen-Mine... ...und pendelt dann so hin und her... ...und wenn man nebenbei noch ein bisschen Geld verdient wird, würde ich sagen... ...plaziere ich ein paar Bushaltestellen hier in Falkirk zumindest... ...damit hier vielleicht noch ein bisschen Kleinkram noch mit dazukommt... ...ja, das ist, äh... ...das ist ein bisschen Klinkerkram, aber... ...Kleinvieh macht auch Mist... ...vier Stück oder so... ...und ich muss ja erst mal nur 30 Stahl produzieren, ne... ...das ist, äh... ...das geht ja noch... ...was haben wir denn sonst noch hier... ...wir hätten hier noch... ...Stahl... ...was dann zu... ...äh... ...Dingens, äh... ...produziert wird... ...zu Werkzeugen... ...die brauchen wir ja auch... ...den Werkzeugzug muss ja... ...über die neue Brücke rüber... ...die ja hier platziert werden wird... ...und hier haben wir eine Obergreze von 800... ...dass da die Frage dafür benötigt wird... ...und dann müssen wir wahrscheinlich... ...Ellen Barrel mit... ...Kirk Aldi... ...Kirk Aldi verbinden... ...einfach mal so ein Wild Guess... ...Passt insgesamt 52 in Einführungszeichen... ...nur rein... ...schauen wir, wieviel Kohle da gleich war... ...wahrscheinlich... ...mehr als Eisen denn da sein... ...wird... ...da da sein wird vorhanden... ...genau da vorhanden sein wird... ...ääh... ...ja... ...ich würde sagen, ich mache nochmal... ...das selbe Prinzip auch hier in... ...in Livingston und so weiter... ...in anderen Städten... ...einfach... ...dass hier zumindest... ...schonmal eine gewisse Entwicklung... ...auch stattfinden könnte... ...ja... ...diesmal nehme ich aber 5... ...die neue Linie... ...die einmal hier entlang führt... ...ääh... ...der hat letztes Funk... ...hab ich jetzt verkackt oder... ...habe ich es nicht verkackt... ...ich habe es nicht verkackt... ...ääh... ...ja... ...schreiben wir, dass er hinten gleich produziert werden... ...ohh... ...Adden Barrel ist groß... ...Adden Barrel ist sehr groß... ...ich warte nochmal mal... ...Adden Barrel... ...erst mal ein bisschen Geld rein... ...wobei... ...ach... ...komm ich mache zumindest schon mal... ...nochmal die anderen kleinen Städte... ...damit die auch mal ein bisschen versorgt sind... ...ääh... ...ohh... ...da hinten wollte ich gar nicht hin... ...aber auch egal... ...ääh... ...dann einmal hier lang... ...häh... ...wo platziert der die denn? ...das Gefühl muss ein bisschen mehr reinzoomen... ...hier wollte ich hin... ...glaub ich... ...ääh... ...dann einmal hier hin... ...und dann nochmal... ...dorthin... ...alle gefühlt in dieser Ausrichtung, ne... ...aber... ...das... ...ääh... ...liegt ja auch mit daran... ...weil ich sie einfach so gebaut habe... ...was ich zu Beginn platziert habe... ...und da einfach dabei geblieben bin... ...neue Linie... ...ääh... ...ja genau... ...wegen der Abdeckung... ...hab ich das nochmal gemacht... ...perfekt... ...die kommen raus... ...wunderbar... ...dann das gleiche... ...nochmal hier in... ...Kirkerle... ...und... ...ohh... ...Kirkerle... ...die ist auch ziemlich groß... ...so... ...dann nochmal hier einen langen... ...ah... ...abdeckung gepasst... ...ah... ...vielleicht nochmal hier eine Schlaufe... ...dann dort... ...und dann geht es sowieso hier lang... ...haken wir nochmal hier... ...hier... 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 ...verschlossen den Kreis... ...das Unglück am Teil wäre nicht passiert... ...hätte man nur die richtigen Zahlen... ...zur Hand gehabt... ...die Ingenieure rechneten mit einer... ...maximalen Windbelastung... ...von 20 Pfund... ...pro Quadratfuß... ...obwohl die Franzosen... ...40 Pfund annehmen... ...und die Amerikaner sogar 50... ...und amerikanische Ingenieure... ...sind nicht übermäßig vorsichtig... ...wie alle Welt weiß... ...vertrauen wir besser... ...nicht auf die Angaben... ...von wem auch immer... ...führen wir eigene Messungen durch... ...mit Messfahrten... ...über die Brücke... ...am westlichen Ende des Fjords... ...alles klar... ...führe einen Belastung Test... ...auf der Brücke... ...bei Falkirk durch... ...halte einen ausreichenden... ...beladenen Zug... ...im markierten Bereich an... ...Fahrzeuge können... ...ja gut... ...wie das ist... ...falls keine Kohle mehr akzeptiert werden... ...lieferer Stahl... ...an Livingston Factory... ...es lohnt sich mehr... ...als den geforderten Test durchzuführen... ...ja... ...was ich... ...ich gebe mal kurz gucken... ...hier... ...Zug ist jetzt hier... ...äh... ...ich habe es gerade eben auch gesehen... ...dass... ...ähm... ...ja... ...diese schönes... ...Städtchen... ...einfach gar keine Verbindung hat... ...in die Außenwelt... ...klammert gerade den Bogen... ...äh... ...hier entlang... ...so... ...haben wir das auch... ...dann warten wir nochmal... ...bis es jetzt so kommt... ...wahrscheinlich schön beladen... ...jawoll... ...voll beladen... ...wird er sein... ...wird sagen... ...ab hier shoppe ich den dann... ...reicht das schon... ...vielblich ein bisschen zu früh... ...aber... ...safety first... ...gab es Medaillen für mehr... ...mündestens 60 Einheiten... ...verdammt... ...muss ich ihn gleich nochmal... ...zurück schicken... ...oh... ...wow... ...die Stahlproduktion... ...entwickelt sich erfreulich... ...und dank der... ...umfangreichen Daten... ...die mit Messfahrten... ...erhoben wurden... ...kann der Bau der Brücke... ...endlich in Angriff... ...genommen werden... ...legen wir los... ...ja... ...das Ding ist... ...ich glaube... ...ich bräuchte jetzt... ...auf jeden Fall... ...noch ein weiteres Gleis... ...auf dieser rechten Seite... ...und dann muss es... ...zweigleisig sein... ...denn... ...sobald ich mich erinnere... ...passt das mit dem Zug nicht... ...den Waggons... ...ich glaube ich war Rungenwagen... ...der Besitzer des Stahlwerks... ...ist an uns mit einer Bitte... ...herangetreten... ...er ist Teilhaber... ...einer Reederei... ...doch das Geschäft läuft... ...wegen der Eisenbahn... ...allerdings schlecht... ...er bietet uns an... ...sich erkenntlich zu zeigen... ...wenn wir Güter... ...mit dem Schiff transportieren... ...okay... ...ja... 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 ...das kriegen wir hin... ...das kriegen wir hin... ...ääh... ...Schiff... ...Hallo... ...danke... ...ääh... ...Hafen von Partagierschiffe... ...nein... ...und nochmal... ...ne Straßenverbindung... ...passt das? Jawohl... ...ääh... ...ja... ...das läuft ja... ...ääh... ...ähm... ...ja komm... ...machen wir das einfach über... ...über... 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 ...straße... ...und den Zug... ...den möchte ich dann gleich nochmal... ...upgraden... ...auf... ...ein paar mehr... ...das der 60 schafft... ...dann bräuchte ich nochmal hier einen Drop-off... ...der dann ja irgendwie... ...ganz... ...komisch... ...sein wird... ...weil... ...das hier so bescheiden ist... ...warte mal hier gescheiße... ...weil... ...wobei... ...es ging ja hier so... ...das ist auch... ...in diesem Game ging es ja... ...dass man auch da... ...das abtransportiert... ...glaube ich... ...hoffe ich... ...der Weg passt sogar noch hier hin... ...hier kommen sie hin... ...ääh... ...ein, zwei... ...boah... ...wann das immer fünf Stück sind... ...ne... ...dann sind wir jetzt bei 10... ...20... ...30... ...40... ...50... ...und da brauchen wir noch eine Schiffslinie... ...da war ja auch noch was... ...oh Gott, oh Gott... ...good bye... ...geld... ...einfach nur ein Schiff, was Stahl liefern kann... ...ein einziges... ...das schafft 50... ...ein Schiff reicht auch für die Schrecke... ...das ist ja... ...das ist ja kurz... ...neue Linie... ...ääh... ...von hier... ...nach hier... ...wunderbar... ...so... ...da löpte... ...da löpte... ...dann fehlt eigentlich nur noch Edinburgh... ...so... ...das ist ja jetzt mal ganz schön hier... ...ausschmücke... ...ja... ...ich würde sagen einfach hier schön... ...eine Runde... ...mache ich hier mal ein Doppelding hin... ...hier ein Doppelding... ...und dann geht's dann hier entlang... ...und dann... ...nochmal hier... ...ääh... ...ja... ...ja... ...ich habe... ...keine Ahnung... ...was ich jetzt gerade mache... ...und wo die Schrecke aussehen wird... ...absolut keinen blassen Schimmer... ...das war jetzt... ...viel zu sehr Freestyle... ...eine neue Linie... ...die irgendwo entlang geht... ...irgendwo hier in Edinburgh... ...äähm... ...nehm... ...hier... ...hier haben wir ein Doppelding... ...boah... ...so einmal hier entlang... ...hier lang... ...dann dorthin... ...dorthin... ...dorthin... ...ah... ...das wäre ja dumm... ...dorthin... 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 ...hier entlang... ...da entlang... ...und da entlang... ...so... ...ganz verrückt... ...ja... ...pfff... ...wir warten jetzt auch schon mal 25... ...ach genau... ...der Zug... ...äähm... ...der ist jetzt bei... ...zweinundfünfzig... ...äähm... ...jetzt ist er bei 60... ...machen wir 64 draus... ...und stecken ihn wieder auf die Strecke... ...und dann dreh ich ihn gleich um... ...in der Hoffnung... ...dass da hinten... ...vierundsechzig... ...wartet... ...ne... ...da warte ich jetzt gerade nix... ...oh... ...hat jetzt nicht den kompletten Rhythmus... muss jetzt erstört mir okay jetzt wird hier wird immer noch produziert ist auch was auf der lage wunderbar ja hier war jetzt aber gut 55 das erste schiff kommt jetzt an das voll beladen werden wird ich frage mich ob stahl die gut das muss ja allgemein geliefert werden also von daher sollte das ja passen das war aber testbrücke die eine medallie hier 60 m per hour 60 km über die testbrücke ja über die testbrücke ok ich brauche 37 miles per hour haben wir denn schon mal ein zweimal ob der jetzt 37 miles per hour schaffen würde schafft die das 25 31 da muss ich wohl noch warten triebwagen ist auch noch nicht ist noch keine lok die das schaffen würde dabei erwarten auch noch nicht 60 schauen wie viel kohle jetzt gleich das schiff hier bringt 919.000 50 vorigen jetzt schon angeliefert von 100 und stahl liefern funktioniert und da wird die brücke weitergebaut wunderbar haben wir die neue brücke die neue stahlbrücke dann auch schon bald hinter uns perfekt dann kann ich nicht nur halten und offen das zählt auch im nachhinein noch wahrscheinlich nicht weil ich weiß wahrscheinlich bei dem bei dem ersten stopp hätte machen müssen aber okay so wenn die festhalten alter meine fresse ich brauche echt wireless aufladekabel damit ist damit jederzeit mein handy am schreibtisch auf lagen kann unbesorgt also die frage ob das funkt ob das noch angenommen wird oder nicht das ist belastend also warten wir mal bis das schiff hier zurück ist gibt es irgendwie noch ein fragezeichen auf der welt würde und und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Perfekt Jetzt wird schön die Brücke weitergebaut Die Brücke ist vollendet Nun müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Leute der Konstruktion trotz des Desasters am Tai auch trauen Je öfter die Brücke überquert wird, desto zuverlässiger wird sie wirken Absolviere während eines Jahres mindestens fünf Fahrten mit einem Personenzug zwischen Edinburgh und Kirkcaldy Leere Züge nutzen niemandem und Geld lässt sich damit erst recht nicht verdienen Bau Bus liegen in den Städten, damit die Passagiere aus dem Zug erreichen Um diese Aufgabe möglichst effektiv zu erledigen, wird mehr als ein Zug benötigt Erweitere die Strecke zwischen den Städten um ein zweites Gleis Oder baue ausweichen Ja Edinburgh bekommt einen Kopfbahnhof Das steht schon mal fest, vielleicht nicht so lang, sondern nur 120 Meter Das ist ja grandios Da muss ich noch eine weitere erweitern Eine weitere erweitern Ja Der Satz ergibt Sinn Ja Onkel Kaldi Haben wir hier Ja Ich würde sagen, kommt dann hier an der Zug Dann nehme ich mir wieder die Höhenlinien zurecht Hallo, Höhenlinien Danke Ich werde einfach Ausweichmöglichkeiten schaffen Und kein zweites durchgehendes Gleis Das wäre vor allem bei der Brücke viel zu teuer Ich werde einfach hier ein Ausweichgleis Ist angeschlossen? Ja, gut Oh, fast ein bisschen zu weit Der Zug soll ja auch nochmal in den Bahnhof reinkommen So, bevor ich es vergesse Wenn die Ausweichdinger frei sind, kann er ja fahren Äh, jetzt hier vorne durch Jawoll Schönes Kürfchen Kurft er hier so entlang Hier vorne Wenn ich es hinbekomme Wird er dann zweigleisig Bis in etwa hier Na, kriege ich das hier ungefähr hin So Wunderbar Great Okay, war richtig Ich hatte irgendwie Ich hatte irgendwie noch Verkörkel in Erinnerung Ich weiß nicht warum Äh, jetzt fehlen aber noch hier Die beiden guten Signale Ich habe es ja komplett verkehrt rum gemacht Fert immer wieder auf Signal muss hier hin Wir sind ja in Großbritannien Und Wait Ach, vorbei Forget it Klar, ich konnte es bei den Zügen machen Aber Ist ja auch hier Rechtsverkehr Von daher Ne Ignoriere ich das einfach Ignorieren wir das mal Ignorieren wir mal den Part Hat das Realismus So Weil ich mich erinnere Ist der Rechtsverkehr gar nicht Äh Möglich Auch nicht im neuen Teil Äh Linksverkehr So Rechtsverkehr ist ja Standard Äh Ist das die Frage Im eingleisigen Abschnitt Dass der Zug in der Rauf fährt Vorbei Who cares Verdränger sowieso In eine Richtung Machen wir einfach mal hier in Amber Das Depot Game laufen lassen Jetzt wieder doch Doch Die Code So Passagiere Ja Ich nehm Ja Ich nehm Keine Ja Moin Ich wollte sagen Ich habe keine Kohle hierfür Da hat sich Hat das Spiel Okay ich kaufe sie einfach mal Ähm Leistungsmäßig ganz gut Na Na Dann muss er die Borsicke erhalten Ein Ein 1 2 3 4 wie viel da passt denn da überhaupt rein das ganze klonen das geld weg das geld zerrennt uns zwischen den fingern wir sind demnächst pleite aber wenn wir bereit sind unterwürfisch zu betteln lassen unsere geldgeber einen kleinen überbrückungskredit springen ja 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 neue linie einmal von hier nach hier wird es schön ich hoffe das ganze ist auch da ist es auf zwei gleisen und auch hier wunderbar als wäre es so gewollt brauchen wir nicht mehr es müssen noch die ein oder andere fahrt geabsolviert werden mit passagieren wo bemerkt ich muss jetzt vergessen noch mal eine bushaltestelle einmal hier bitte dankeschön dann die jetzt hier warten nach der fünf geht es noch mal hierhin dankeschön und in kökaldi war das ausreichend hier müssen wahrscheinlich erstmal erst zu ankommen bis die kai das wieder versteht das sind jetzt neisen weg gibt über diese schöne brücke doch so relativ angenehm flach ist und da wartet auch schon die erste person oder sogar schon ersten zwei es werden mehr es werden immer mehr und immer mehr die hier mit dem zug mit fahren wollen mittlerweile waren schon 17 leute drauf aber nur 40 können mit fangen glaube ich na ja ja nee doch na der erste könnte sogar voll werden vielleicht der kommt da schon na ja schau mal nicht ganz glaube ich nicht ganz nicht ganz aber dicht davor doch 40 bats und der zug ist voll bin ich mal gespannt wie viel der einbringt wenn der in adenbar hält hoffe ich mal dass ich noch weit noch einen dritten brauche aber voll test abgeschlossen sind ok ja nevermind ok so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 muss auch nur einmal fahren einmal rüber mit 37 mal zwar das reicht ja schon vollkommen wieder nur bei 15 wir schicken temporär noch mal zurück so einmal die plm 20 einmal die plm 220 sondern der einmal runter und der einmal hoch geht ja einfach einmal unter so einmal auf die linie 9 schön verdammt da werden wir nicht auf die linie 1 war das der meint ein fehler dann heißen wir einmal darüber und dann kann auch wieder mit der verkaufen mit drei von fünf aber schon oktober ist rum wenn der schafft wenn der schafft vier von fünf fünf von fünf was könnte sehr eng werden und mit dem vierten zukommen fertig safe vier von fünf na nee 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 okay das musste weiter es ist halt wie es ist weiterer borsig grundgütiger das geld geht weg wie warme semmeln ausnahmsweise würden unsere geldgeber beide augen zudrücken und uns ein weiteres mal das letzte mal so 1 von fünf neu ist ja schon fast wiederum recht übertrieben gesagt aber whatever so der fährt mit full speed sogar mit 38 miles pro opfer nur 37 schafft vielleicht sogar mit full speed um die kurve jetzt auf die bücke rauf ich hoffe es zählt ich hoffe es muss nicht im testzeitraum sein weil das wäre impossible perfekt dankeschön vielleicht auch wenn ich wieder verkaufen sondern wir sind bei zwei von fünf drei von fünf sehr schön das sind aber nur noch drei morde eieieiei einer kommt an der andere eventuell der könnte auch noch ankommen der könnte noch ankommen das wäre zumindest sehr optimal so dasselbe spielt wie gerade eben auch noch mal hier und wieder auf linie 1 so wer braucht schon hier einen kredit ey ja dann bleibt der kredit wenn wir das jetzt verstehen ist halt wie es ist äh ok wieder 0 von 5 war toll stark 1 von 5 2 von 5 3 von 5 4 von 5 5 von 5 hoffentlich so der muss jetzt auf den zug warten es ist halt super suboptimal dass ich da einfach kein weiteres nebenboteis drauf gepackt habe ich habe das gefühl mit zweigleisigem verkehr wäre es besser gewesen als mit ausweichgleisen jetzt fahren aber die beiden auch gleich wieder komplett durch ne also wir haben hier werden hier die 1 jetzt haben wir die 2 oder war das die 1 das war die 1 das haben wir dann hier die 2 da die 3 und die 4 das mit dem warten ist halt bescheiden wieviel würde es kosten wenn ich jetzt hier neben das ganze 2 gleich mache ja ne hier 3 7 ist zu viel es ist halt nur ein zug der schafft 30 äh 28 miles power werden noch einen der es schafft 2 miles power mehr hä ist der wer gefahren auch nö so der muss auf den warten der muss auf den warten dann muss der nicht auf den warten aber der muss aber noch zurückfährt auf den warten oh man ich habe das gefühl muss upgrade auf die plm 220 0 und darf einzug wie gerne eben 4 ist ein bisschen too much habe ich das gefühl aber dafür mit 37 miles auch hier über die piste wäre schon nicer vier 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 Wieder bei 0. Was machen wir denn den 4er? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der 4er ist gleich auf der Brücke, ok. Wir werden gleich verbrochen. Wir werden gleich verbrochen. Wir werden gleich verbrochen. Wir werden gleich verbrochen. Wir müssen die Züge komplett voll beladen sein. Wir werden gleich verbrochen. 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 So, den stehe ich auch gleich wieder zurück. Genauso wie den. Der soll nochmal eine 40. Er hat nochmal eine PLM 220 bekommen. Der soll komplett verkauft werden. Wäre zumindest so der Plan. bis zum Schluss. Ich muss jetzt die Flies beherberen. Und dann verぉst du die Flies herrschel. Die Flies zu fern. Und dann veröblich. Ach komm, da geht auch schon mal ins Depot, da kommen wir so beide ins Depot, dann wird der hier komplett verkauft, hat nicht so viel gebracht, Geld. Nummer 1 geschafft von der PLM. Nummer 1 geschafft von der PLM. PLM hat jetzt, ah ne, ja, doch, glaube ich, 2 ist geschafft. So, eine weitere, also kommen wir wieder auf die Strecke zurück. Ende Gelände. Es hilft kein Bitten und kein Betteln. Unsere Finanziers weigern sich auch nur noch einen weiteren Cent in unser Projekt zu stecken. Verdammt. Das ist bedauerlich, da sagte was. Und ich hoffe, dass jetzt die 2 Züge da schaffen, aber ich glaube, ich brauche noch einen dritten mit der PLM. Die Schüssel bringen jetzt auch kein Geld mehr ein, also gar nichts. Na. Was. 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 Ob sie nichts schaffen, mehr abzutransportieren. Das ist wahrscheinlich hier gerade voll, ne, so komplett voll, tut du voll. Eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich hier. Das ist wahrscheinlich hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in der PLM 220, damit das Ziel endlich verändert werden kann. Ich habe das Gefühl, der vom Weg passt, das ist ja quasi auf dem Rückweg, das ist ja quasi von hier nach da, nach da, nach da, also passt ähnlich. Vom Weg her ist es doch schon am effizientesten. Perfekt, da war noch wieder Kohle, das heißt der Zug, der wird auch wahrscheinlich ein bisschen Geld jetzt verdienen können. Schauen wir mal, wie er wünschenswert ist, aber es musste auch erst mal wieder anlaufen. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ja fast überlegen, hier noch einen Bahnhof hinzumachen und den dann halt hiermit zu verbinden Ich bin ja fast überlegen, hier noch einen Bahnhof hinzumachen und den dann halt hiermit zu verbinden, 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 hiermit Ich bin ja fast überlegen, hiermit zu verbinden, 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 also vielleicht sogar echt jahre bis dann der genügend geld für dings ist ja 90.000 das nehme ich es ist jetzt so ein einspuriges weitere weiterhin so ein einspuriges ding das wäre jetzt nicht sonderlich effizient und so aber das würde prinzipiell funktionieren jetzt bei nur 50.000 dafür und noch eine bus hersteller hier hinten den einmal diese linie um sortieren die linie 4 dass die nach dem wischen weg einmal hier hinten hält so soll dieser zug die linie 9 nach kirkland einmal hier halten und noch einen bau auch einmal hier ja vielleicht oder mehr mit steigen mehr um dauert dann zwei länger um dahin zu kommen häufig ich muss dann irgendwann den zug dann um die das wir um zurück bauen aber dass ich dann vielleicht dadurch ein bisschen mehr geld generiere war jetzt um mein gest meine hoffnung das ganze hier auch noch geld kostet reißt auf wenn ich hier geld habe ich nutze es ja schließlich momentan noch nicht warten noch keine person wohnen So, weniger Geld angehend. An dem würde ich gerne noch einen Waggon anhängen, so ist es ja nicht, das ist ja noch, das ist doch noch eine Pia, hä? Peter, der schafft 37, ah, das sind die Wagen, die Wagen, wo ich noch, oh, der schafft 37, aber die Wagen, die schaffen nur, ja, 31. 38. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Neues Jahr, das Geld ruft sich so langsam an, mittlerweile bei 530.000, da war diesmal Da steigt keiner ein und keiner aus. Interessant, hab ich überhaupt nicht in meinem Mitgenommen? Ich glaube nicht. Weil hier doch schon ein bisschen was zu fahren haben. Also jetzt, glaube ich, mal alle mit Postbussen. Und die Zeit ist ja mittlerweile gleich schon gekommen, da fahren hier Postbusse rum. Hä, 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 hä? Hä, hä? Hä, hä? Hä? Hä, die wollen doch alle hier lang. Warum nimmt keiner, warum, warum, hä? Aber werden die nicht mitgenommen. Steigen Leute aus, aber das steigern nicht welche ein? Ah, okay, es passen ja noch nicht viele rein, deswegen, okay, ergibt Sinn. So, ich schicke den zurück, gleich ins Depot, besorge dem noch einen weiteren Waggon hinten dran. Und hier warten doch schon mittlerweile viele Leute. Vielleicht auch zwei, je nachdem, wie das Geld dann gerade da ist. Kann sein Potenzial nicht ausschöpfen, so wie der gerade fährt. Nicht einfach, es ist halt, ihr werdet hier den Zug jetzt mit fünf Waggons aufrüsten. Weil er halt auch nicht schnell genug ist. Einer Zwei Bin ich jetzt nur bei 22, also ich muss noch ein bisschen warten. Da war es der dritte. Ich denke, ich gehe mal wieder auf fünf Stück. Danach rüste ich den hier auf und danach kaufe ich mir dann irgendwann einen weiteren. Dritten Zug Dritten Zug Zwei 再 das problem ist ein stehender zu bringen kein geld ein so wie es aktuell nur ein mehr als zuvor perfekt kamen wir zu ganz so habe ich ihn zumindest mal auf ein bisschen mehr als zuvor aber man schon mal auf 44 der kann auch jetzt 37 miles power fahren wir passen hier rein sogar nur 40 das heißt der zug ist der nächste den ich dann mal ein bisschen upgrade muss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, der eine Zug bekommt nochmal einen weiteren Abteilwagen. ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nummer 4 Und Nummer 5 Jetzt wäre so der nächste Zwischenschritt, um ein bisschen mehr Geld reinzubekommen Dass ich dieses Netz, was hier gerade besteht, ausbaue, damit der Stahl mit einem weiteren Zug hierhin geliefert wird Und nicht über, 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 über die Straße Ich wollte gerade sagen, lasst mich jetzt nicht diesen nervigen Bug haben So, das Ganze Mit zwei Gleisen Damit ich auch auf das Slice komme Jetzt wird es wahrscheinlich wieder sehr, sehr teuer So, das Ganze Das war's. das ganze jetzt hier zweispurig ja ja So, da das Ganze auf der ganzen Seite ist. Machen wir das mal so und dann kann ich wieder weiterlaufen. Nachdem ich das auf Gleis 1 gelegt habe. Äh, ja, beachten wir einfach nicht, was wir hier sehen. Okay. 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 Sobald es halt möglich ist. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Der Rest wird wie gesagt nur noch über Schiene transportiert Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Zug und ja, fast ein Ballon, da war das Geld dann plötzlich doch schnell wieder weg. Dann sind wir in zwei Waggons, schicken wir mal auf die Linie 9, kann ich auch noch erweitern. Okay, drei von fünf nur geschafft. Ich würde ja sagen, sobald ich, ja ich würde ja schon liebend gerne hier ausweiten auf zweispurig. Ich bin sehr sicher, anders ist es halt echt unfassbar schwierig. Egal ob jetzt hier noch ein Halt ist oder nicht, der Halt ist natürlich auch ordentlich zeitintensiv, aber... Ich mein, eins von fünf und der ersten Mord ist rum, also das ist echt, ein Quartal mein ich, ist rum, also... Maximal vier wären jetzt so drin. Schon, äh, wenig. Und meine Dinge, die jetzt neu sind, ist es auch roter auf fünf Minuten. Aber die bringt Geld ein, die bringt Geld ein, was sehr gut ist. Ich bin jetzt auch in den grünen Zahlen, offenbar. Oder auch nicht. Aber ich habe auch neue Fahrzeuge gekauft, ne, da habe ich mich nicht vergessen. Von daher bin ich eigentlich in den grünen Zahlen mit 640 plus. Und jetzt bin ich unsereufen. Ja, ich kann die hier, ich kann mal schaulen. Jön, also ich weiß nicht, ob ich dieорт. Ich komme jetzt genauso. Ich komme jetzt mal zum Beispiel des Mordes. Und jetzt, oder? Du bist du bist jetzt? Or ist das nicht so drin. Du bist das in die Uhr. Du bist du bist, aber noch keine Ansatz. Du bist du bist, also kannst du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott, oh ne, oh wow, oh wow, wie knapp, wie knapp das einfach war, einfach um 10 Tage zu spät 10 Tage fehlten 10 Tage, oh man, 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 oh 2 von 5 3 von 5 4 von 5 der müsste nicht mehr als weit entfernt sein ja der sollte es aber jetzt sollte es aber dicke schaffen 3 umurte, das schafft der dicke sehr schön, das sollte die 5 von 5 werden über den Firth of Forest spannt sich neuerdings die längste und bestimmt auch die beliebteste Brücke der Welt und wir haben dieses Meisterwerk erbaut das hat gedauert das hat lange gedauert gut, ich habe auch dies und das noch jedes zwischendurch noch gemacht aber die Aufnahme Session ist trotzdem ultra lang ja, insgesamt waren es nur 4 von 5 Medaillen, das einzige was noch gefehlt hat war das mit dem Schwergewicht des mit den 60 Einheiten auf der Testbrücke bevor die Tests abgeschossen sind die nächste Kampagne in Europa in Transportfever heißt Schwere Zeiten das neue Jahrhundert ist noch jung doch es sieht nicht gut aus die Spannungen in Europa nehmen zu wenn das alles nur glimpflich ausgeht Transportdienstleistungen sind zum Glück immer gefragt in guten wie in schlechten Zeiten man darf bloß keine Skrupel haben sich mit allen möglichen Gestalten einzulassen bestimmt lohnt es sich jedenfalls auf alle Eventualitäten gut vorbereitet zu sein und dort in der Kampagne Schwere Zeiten gibt es auch wieder 5 Medaillen einmal gut versorgt und verschämt reich Hamster gerecht verteilt und schwere Zeiten einmal das Ganze in weniger als 6 Jahren eine Versorgung mit Lebensmitteln von 10% in den betroffenen Städten in weniger als 6 Jahren wenn man weiß welche betroffenen Städte das sind dann ist es machbar Häufe trotz der schweren Zeit ein Vermögen von mindestens 50 Millionen an das wenn ich mir ja nicht verständlich bekomme lagere vor dem Kriegsbeginn mindestens 500 Lebensmittel ein machbar trage Sorge dass keine Stadt eine Versorgung mit Lebensmitteln über 30% hat während eine andere leer ausgeht könnte knifflig werden und schwere Zeiten lasse die Versorgung mit Lebensmitteln während des Krieges nie unter 5% fallen ach herrje das wird nicht einfach werden was ich allerdings hoffe ist dass es nicht allzu lange dauert wie jetzt in diesem Fall also die ganze Aufnahme von Brückenunglück hat jetzt ich bin jetzt gerade bei 3 Stunden 43 Minuten davon werdet ihr wahrscheinlich so roundabout 50 plus sehen oder minus plus minus 50 Minuten sehen ja ich wie gesagt ich saß ein bisschen länger dran bin aber nebenbei habe ich mir auch noch mal was zu essen gemacht und so weiter und so fort und ja in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen eigentlich wollte ich jetzt noch Railway Empire aufnehmen aber dann gibt es halt diese Woche keinen Railway Empire weil das ganze hier doch ja im Grunde genommen 2 Stunden 20 mehr gedauert hat als ich erwartet habe ja ich hoffe es hat dir gefallen und ich hoffe wir sehen euch dann im nächsten Transport Fever Kampagne Europa Video wieder Kampagne Europa Kampagne Europa Kampagne Europa